Und damit sind wir im großen Projektfinale. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Joe Craft. Seit nun über einer Woche läuft dieses Projekt, läuft Elimination Craft und ihr konntet Teilnehmer aus diesem Projekt rausvoten, jeden Tag. Das ist das Besondere bei diesem Projekt. Außerdem gibt es in diesem Projekt keine Regeln, es ist alles erlaubt. Und Teilnehmer können durch das Gewinn einer Challenge von dem Ausschließen, also von dieser Elimination, ausgeschossen werden. Das heißt, wer eine Challenge gewinnt, kann nicht rausgewotet werden. Es sind aktuell noch fünf Teilnehmer im Projekt. Feister, Just Noah, Pummi the Cat, Uru Talks und Veni, der jetzt gerade nicht da ist, weil er ein Event casten muss. Es wird spannend und liebe Zuschauer, falls ihr es jetzt hier auf YouTube seht, dieses Wochenende ist Finale. Samstagabend, Sonntagabend. Schaut gerne rein, ab 18 Uhr. Es wird definitiv actionreich, vor allem, weil heute am Samstag eine ganz besondere Challenge läuft. Wir gehen mal zu Uru Talks. Uru, was gibt's? Oh, da ist er, ist er schon weggeflogen. Jo. Ich geh mal in die Gruppe rein. Oh, äh. Ja, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Was gibt's? Ähm, ich wollte hier bei der Base, ähm, ein bisschen verschönern und ich find genau hier an dem Steg, würde sich übelst gut ein Witherkopf, äh, so, so, so. So ein Witherkopf? Ja, ja, so ein Witherkopf. Ein Einziger. So einer? Ein Einziger. So einer wäre da gut? Genau, der wäre richtig, richtig praktisch. Dankeschön, Joe. Gerne. Möchtest du noch irgendwas dekorieren oder so? Ähm, nee, mir, mir, vielleicht fällt mir noch was ein, weißt du, wenn man so ein bisschen Also ich finde hier so eine Farbmischung aus, aus, äh, den, den Froglights finde ich nicht übel, oder? Oh, ja, die finde ich auch gut, Joe. Ich muss dir auch noch mal ganz kurz eben Feister anbieten. Feister? Achso, ich bin gleich wieder da. Feister, altes Haus. Ja. Du, ich wollte dir auch anbieten, so quasi, dass die anderen, die wollten die ganze Zeit irgendwelche, ähm, wunderschönen Baumaterialien haben. Ja, hab ich schon, hab ich schon, hab ich schon. Wie, du hast die schon? Mhm. Wie hast du die denn erreicht? Weißt du, da hat mich meine Kontakte spielen lassen. Uh. Und gerade, gerade wird ein, gerade wird noch was anderes gemacht hier. Ach, das ist so ein, von oben bis nach unten fallen und das überleben? Ne, ne, äh, ich mach jetzt Star Trader. Wie funktioniert das? Ich, äh, ich trade mit einem Villager auf Bauhöhe. Oh mein goodness. Das ist scheinbar auch ein Achievement. Das geht? Mhm. Oha, ich bin gespannt. Okay, feister der Macher, gib ihm. Er wirft Enderperle runter, wartet einen kleinen Moment, wirft jetzt Enderperle hoch, geht jetzt in das Menü eines Villagers und... Oha, feister! Oh nooo! Yo, unge! Oh, hab ich gezählt, das? Star Trader. Das ist das mit, alter Respekt. Trade with a Villager at the build height. Alter. Absolut GG dafür. GG. Outlook. Leute, vor allem, weil auch heute wieder die Frage ist, welcher Teilnehmer wird rausgevotet und die Zuschauer auch gerade in diesem Moment abstimmen können, möchte ich mal so ein bisschen diese Frage erleichtern oder zumindestens den Zuschauern ein paar Stützen geben, auf die man sich berufen kann. Was haben die Teilnehmer denn so gemacht? Wir schauen uns mal alle fünf Teilnehmer an, die jetzt gerade noch zu Ausdruck stehen und schauen mal, was die so gemacht haben. Fangen wir mit Feister an. Feister hat hier in diesem Dorf sich erstmal ordentlich bei den ersten PvP-Challenge beteiligt, hat die ganzen Villager hier gebreedet und hat sich erstmal ganz, ganz viel Mühe gegeben, dass überhaupt eine Infrastruktur möglich war. Und anschließend war Feister derjenige, der dieses Gebilde mehr oder weniger alleine ein bisschen in Zusammenarbeit mit Noriax errichtet hat. Er hatte auch den Beacon da gefarmen, diesen riesengroßen Netherite Beacon und das ist letzten Endes so ein bisschen das Tun und Schaffen von Feister in diesem Projekt. Definitiv beeindruckend, kann man sagen. Dann geht es weiter zu Just Noah. Just Noah war die ganze Zeit auch mit den anderen, da müssen wir wieder zurück in die Overworld gehen, hier oben beteiligt, in einer kleinen Gruppe unterwegs, die zusammen hier ein gewaltiges Königreich auf die Beine gestellt haben. An dem Bau dieses Königreiches war hauptsächlich Just Noah beteiligt und ich finde, es ist optisch echt großartig geworden, nicht nur als Base, sondern auch als gutes Teamplay. Er hatte auch die Idee zum Beispiel, alte Teilnehmer hier zu verewigen mit einem Kopf und den Items da und es ist einfach ein sehr, sehr cooles Play, wie sie zusammengespielt haben. Dann Pumi the Cat. Pumi, haben wir auch schon gesehen, ist hier am Spawn schon seit Anfang an des Projektes dabei gewesen, die Spielerköpfe von allen Teilnehmern zu bauen und die dann, wenn sie das Projekt verlassen müssen, in die Luft zu sprengen. Echt so eine witzige Idee, die er hier konsequent durchgezogen hat und sogar damit auch den Base-Challenge-Wettbewerb gewonnen hat, weil ein spannendes Konzept da von Coco der Andy gefunden worden ist. Und dann haben wir als nächstes Urutox. Der Urutox hat auch von vornherein dieses Projekt unglaublich stark reingegrindet. In der Gruppe von Just Noah unterwegs hat er sich dann irgendwann zum Ziel gemacht, einen Melonen-Golem zu bauen und zwar, weil am Spawn Melonen als Item und Essensnahrung angeboten worden sind, gleich diesen Melonen-Golem unseres Lebens zu rufen und zum Beispiel auch hier solche Sachen zu bauen wie ein Casino oder ja allgemein sich so ein bisschen an den Challenges sehr stark zu beteiligen. Und last but not least hätten wir unseren lieben Veni, der auch von Anfang an natürlich, was die PvP-Seite war, erstmal ordentlich dabei war und auch mitgeschwitzt hat, aber vor allem auch ganz überraschend beim Base-Bauwettbewerb plötzlich einfach mal eben hier so eine wirklich krasse Base am Ende errichtet hat, was für Veni gar nicht typisch ist, weil er so zum Beispiel in Craft-Attack noch nie so richtig eine Base gebaut hat. Und das ist umso mehr eine große Irre, dass er sich hier in dem Projekt mit dieser Base verewigt hat. Die Map wird es natürlich dann auch später zum Download geben, aber das ist jetzt eine Übersicht all der Teilnehmer und das macht natürlich die Frage, welcher Teilnehmer heute rausgewordet wird, umso schwieriger. Jetzt gerade im Moment können die Zuschauer abstimmen und ich bin gespannt, wie das Ergebnis ausfallen wird. Zu sehen. Es war ein Kopf-an-Kopf-Battle, wirklich. Aber wir haben einen Gewinner. Es ist nur... Kurze Frage, bevor wir das machen. Können wir kurz alle in den Advancement-Tab gehen und sagen, wie viele Advancements jeder noch braucht? Ja klar, geht das? Sieht man das irgendwie auf einmal oder muss ich jetzt alle durchgucken? Kann nur durchgucken. Wie viele man noch braucht? Weil zum Beispiel mir fehlen nur 15 und ich habe weniger als Otox. Ja. Ja, weil die Achievements unterschiedlich viel wert sind. Genau. Genau. Aber es geht ja darum, wer mehr Achievements hat. Ne, Achievements Punkte. Du musst wissen, es gibt Unterpunkte bei den Achievements. Also quasi... Aber wir können es meinetwegen fairerweise auch so kauen. Das müsst ihr sagen. Dann machen wir das darüber. Ne, es ist von Anfang an. Ich will ja nicht der sein, aber manche Leute haben ja schon Froglights bekommen und ich musste die ja noch holen. Ja, du hast auch dafür einen Dreizack gekriegt. Einen Dreizack, das sind zwei Punkte. Und Froglights sind gefühlt. Ja, Louis und Froglights waren... Bruder, das ist Lina und es ist ein Schammer. Ja, es macht tatsächlich jetzt einen Unterschied aus. Noah hat zwar mehr Punkte, aber Feister hat mehr Erfolge. Ich muss halt sagen, fair enough, die Challenges haben sich im ganzen Projekt immer wieder am Tag von der Challenge anders verändert, als sie am Tag vorher angekündigt wurden. Und du hast das heute in den Chat geschrieben. Deshalb finde ich das jetzt ein bisschen wack, weil... Ja, aber ich akzeptiere das Ergebnis der Umfrage, aber das möchte ich noch gesagt haben. Blöd. Weil, ähm, ja. Ich kann ja mal ganz offen transparent sein. Je nachdem, wie wir uns jetzt entscheiden, wird sich für einen von euch beiden, aber nicht für beide, eine Entscheidung ebnen. Ganz kurz, Noah, ich will aber auch nicht der sein. Zum Beispiel, also das mit den, guck mal, Froglights haben die mindestens, ich hab geschaut, 40 Punkte oder so. Ganz kurz, mal eben, ganz kurz, Noah... Ja, aber das ist ein Projekt, in dem es keine Regeln gibt, Feister, und man durfte Baublöcke kriegen und ich hab heute gewonnen. Ja, dann setz ich die Regeln. Pass auf, ich sag ganz offen transparent, ich kenn das Voting-Ergebnis. Ja, das wüsst ihr noch nicht, das Voting-Ergebnis. Und es wird jetzt, je nachdem, wie wir entscheiden, ob Feister gewinnt oder Noah gewinnt, für einen von euch beiden, nicht für beide, für einen von euch beiden, das den Ergebnisscore ändern. Ja, das weiß ich, dass ich rausfliege, wenn ich nicht gewinne, das ist mir klar. Das ist doch unklar, Joe macht's spannend. Ich hab gesehen, nochmal, hört bitte, ich kann euch nur das sagen, was ich gerade sag, es wird für einen von euch beiden einen Unterschied machen. Was sagt denn die Umfrage? Die Umfrage hat jetzt gesagt, dass die sichtbaren Erfolge gewinnen, sprich, in dem Fall würde Feister gewinnen. Und jetzt müssen wir doch einmal ganz kurz hier eine Abstimmung unter uns allen machen. Also, wer ist dafür, dass Feister die Challenge gewinnt? Ey, mir ist das egal. Ich hab mich da immer rausgehalten. Das ist nicht meine Aufgabe. Aber es ist okay, wenn jetzt sagt, die Chat-Entscheidung zählt, dann ist es für mich okay. Das ist mir jetzt ehrlich gesagt, also ich muss jetzt nicht... Das ist sehr ehrenwert. Das heißt, du wärst damit einverstanden, wenn wir jetzt sagten, dass Feister quasi heute die Challenge gewinnt. Ja, wenn wir gesagt haben, die Community-Dings zählt, dann zählt das. Okay. Aber ich will halt nur eingewerfen. Das will ich halt nur eingewerfen haben. Ist als Punkt eingeworfen? Gut, dann lassen wir es an dieser Stelle stehen. Feister, du hast damit die Challenge gewonnen. Du bist aus der Elimination ausgeschlossen. So, Punkt. Das lässt sich ab jetzt auch nicht mehr ändern. Es ist ausgesprochen. Und damit herzlichen Glückwunsch an Feister. Es hat einen Einfluss tatsächlich auf das Voting-Ergebnis. Okay? Umso spannender ist das Voting-Ergebnis jetzt auch. Also, die Challenge für morgen wird folgende sein. Die genauen Regeln werde ich euch bei Leber dann morgen noch mal ganz in Ruhe erklären, dass da keine Missverständnisse auftauchen. Aber ihr werdet morgen Showmaster sein und eine kleine Show von fünf bis zehn Minuten vorbereiten, die hier in Minecraft stattfindet. Was ihr in dieser Show macht, ist komplett euch überlassen. Ja? Und wie genau auch die Show bewertet wird, erkläre ich euch morgen in Ruhe. Ähm, aber es gibt quasi eine Show. Das heißt, ihr müsst eine kleine Show machen. Die kann auch gerne kürzer sein. Aber ihr könnt eine Zaubershow machen. Ihr könnt irgendwie etwas aufführen. Ihr könnt was vorsingen. Es ist komplett euch überlassen, was ihr macht. Wir stellen euch morgen eine kleine Bühne zur Verfügung. Und dort präsentiert ihr einfach irgendwas. Ihr könnt auch selbst eine Bühne bauen, wenn ihr möchtet. Falls ihr was vorbereiten möchtet. Ein Trick oder irgendwas. Okay? Feister, keine Show. Seid da einfach schon? Und jetzt kommen wir zum Voting-Ergebnis. Just Noah. Ja? Ich sagte vorhin, dass es einen wesentlichen Einfluss auf das Ergebnis nimmt, ob Feister die Challenge gewinnt oder du. Oder nicht. Und, ähm, eigentlich ist das jetzt schon der spannende Teil. Eigentlich ist damit eigentlich auch schon das Voting-Ergebnis jetzt klar. Was passieren wird. Denn, du wärst so oder so weiter. Nein. Pumi, du bist es vielleicht. Uretox, du bist weiter. Veni, wäre es vielleicht. Und Feister, du bist es vielleicht. Ach, ja. Ergo, wäre jetzt Feister rausgeflogen. Feister, du hast aber die Challenge gewonnen. Und deshalb wird der Zweitplatzierte rausfliegen. Und das ist in diesem Fall leider Veni. Feister, schrei ruhig in deinem Mikrofon. Wir wollen es hören. Ich hab grad schon gestreht. Jihau. Let's go. Schade, Alter. Wer raubt mit dem Österreicher? Scheiß auf den. Ey, ich hätte Veni sehr gerne noch gesehen. Ich auch. Deshalb hab ich vorhin die ganze Zeit gesagt. Also quasi jetzt die Frage, ob jetzt Just Noah gewonnen hätte oder Feister gewonnen hätte, hätte jetzt einen Unterschied gemacht zwischen Veni und Feister. Noah, deshalb, du warst nicht betroffen. Das war genau das, was ich meinte. Es ist nur für einen von euch macht das Ergebnis einen Unterschied aus. Oh mein Gott. Wenn ich gesagt hätte, für beide von euch, wäre ja klar gewesen, dass entweder der eine oder der andere das Projekt verlassen muss. Das war sehr, sehr spannend. Das war ein wirklich unglaublich spannendes und actionreiches Ergebnis. Leute, damit sind wir nur im Finale. Ich bin gespannt, wer ist heute Abend am Samstag? Wie die Shows ablaufen werden ab 19 Uhr? Und was alles noch passieren wird? Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis bald und ciao Leute.